Innovative Antriebslösungen für den Sonnenschutz. Geiger Antriebstechnik. Der Name Geiger Antriebstechnik steht weltweit für innovative Antriebslösungen im Bereich Sonnenschutz. Es sind unsere erfahrenen und motivierten Mitarbeiter, die immer wieder innovative Antriebslösungen für den Sonnenschutz konzipieren. Mit ihnen und unserer hochautomatisierten Produktion beweisen wir täglich aufs Neue, dass wir wettbewerbsfähig am Standort Baden-Württemberg sind. Hier am Standort von Geiger auf einer Fläche von 20.500 Quadratmetern entstehen neue zukunftsweisende intelligente Produkte wie Jalousie und Rohrmotor. In einem Werk sind alle Fertigungstechniken von der Zerspanung, der automatischen und manuellen Montage bis hin zur Verpackung vereint. Unsere mechanischen Antriebe zeichnen sich durch einen hohen Bedienkomfort aus. Moderne Montageanlagen und Handarbeitsplätze sichern die gleichbleibende Qualität, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unserer Getriebe und Kurbeln. Immer auf dem neuesten Stand der Technik. Das belegen diverse Patente und eine Vielzahl von Neuentwicklungen. Diese Neuentwicklungen sind das Ergebnis innovativer Methoden und kreativer Mitarbeiter in unserem Entwicklungsbereich. Schon heute arbeiten unsere Entwickler an den Sonnenschutzantrieben von morgen. Unsere Elektroantriebe für Jalousien, Rollläden und den textilen Sonnenschutz haben sich im täglichen Einsatz millionenfach bewährt. Die Antriebe zeichnen sich durch ihre zuverlässigen und erprobten Komponenten, die sichere und schnelle Montage und die optimale Drehmomentabstimmung aus. Wir legen bei der Entwicklung unserer Produkte Wert auf ressourcensparende Konzepte und in der Fertigung in der Produktion auf energiesparende Technologien. Lösung, Leistung, Leidenschaft. Geiger Antriebstechnik.